Die Talbrücke Nuttla, an diesem Wochenende das sportlerische und visuelle Objekt der Begierde. Sah man zunächst nur einzelne Läufer, wuchs der Strom der Sportbegeisterten sehr schnell an. Ob einzeln, in kleineren oder in größeren Gruppen kämpften sich die Sportler über die Strecke. Nicht wenige nutzten die Gelegenheit für ein Foto von der Brücke oder sogar ein Selfie. Obwohl es ab und an wie ein quäliges Gewusel anmutete, funktionierte die Streckenführung hervorragend. Untertitelung des ZDF, 2020 Eindrucksvolle Athleten Eindrucksvolle Bilder Obwohl ich das als Nichtläufer in keinster Weise nachvollziehen kann, hatten doch alle ihren Spaß. Aber gut, der Spaß des Filmers und Drohnenpiloten liegt woanders. Im Ziel erfolgte dann der gebührende Empfang mit Pauken und ohne Trompeten. Anke und Tobias, ihr seid 20 Kilometer gelaufen. Wie lief es für euch? So, das war ein richtig toller Lauf. Einmalig, dass man über die Autobahn laufen durfte und so einen breitschweifenden Blick über die tolle Landschaft hatte. Aber es war auch hart. Wir hatten ganz schöne Anstiege und super Gegenwind. Gerade kurz vom Ziel, da geht es noch einmal mächtig bergauf und das Ganze mit Gegenwind war nicht so einfach. Aber trotzdem, mega stark, super Strecke, tolle Leute, ganz tolle Helfer vor allen Dingen auch. Fantastisch! Karolina, du bist heute da gelaufen. Wie war denn der Lauf? Also, es war mein allererster Lauf heute. Es war das erste Mal, dass ich überhaupt irgendwo teilgenommen habe und es war richtig gut. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen einfach von den Leuten vor uns hinter mir. Ja, es war gut. Und das war sehr anstrengend. Ja. Du bist froh, dass du jetzt wieder nach Hause kannst und auf die Couch kannst. Ja. Okay, Dankeschön. Ich habe schon einiges an Sportveranstaltungen und Events erlebt. Aber der Spaß und die Freude in den Gesichtern der Teilnehmer und Helfer hier in Bestwick ist für wahr unerreicht. Und mit dem Zieleinlauf dieser beiden Damen, die ganz offensichtlich ihr Spaß hatten, entlasse ich sie und wünsche viel Freude mit den folgenden Videos. Musik Untertitelung des ZDF, 2020